In Diepholz geht es wieder rund. Auf dem Marktplatz dreht sich vier Tage lang alles nur um eins. Um jede Menge Spaß für Jung und Alt und das mit einer langen Tradition. Für uns ist das ein ganz besonderes Fest. Wir feiern den Diepholzer Großmarkt zum 635. Mal. Denn mit der Verleihung der Stadtrechte hat die Stadt Diepholz auch das Recht bekommen, einen Markt abzuhalten. Das ist für uns was ganz Besonderes. Das sind die tollen Tage in Diepholz mit einem tollen Angebot. Und das ist für alle Diepholzer von klein bis groß ein besonderes Ereignis, wo sie alle mit vollem Herzen dabei sind. Neben nostalgischen Fahrgeschäften oder Hightech-Karussells lockt die Besucher das. Ein Zelt voller kulinarischer Künstlichkeiten. Eine echte Weltreise für die Sinne. Von Italien bis Thailand. Aufgetischt wird alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. Wir hatten letztes Jahr schon einen großen Erfolg. Also die Besucher des kulinarischen Festzels waren von der Aufmachung und von dem Inneren sehr begeistert und auch überzeugt. Und es ist so ein kleines Highlight des Marktes. Hier kann man vielleicht so ein bisschen verweilen, ohne dem großen Trubel ausgesetzt zu sein. Und das ist auch das, was der eine oder andere vielleicht auch möchte. Nicht nur im großen Festzelt, im gewaltigen Grummel-Tummel-Seit sein. Während hier in Ruhe geschlemmt wird, heißt es im großen Festzelt erstmal Prost. Mit viel Musik lassen es sich die Gäste aus Wirtschaft und Politik bei traditionellen Frühschoppen gut gehen. Schon 17 kleine Bier decken den täglichen Kalziumbedarf eines Menschen. Also meine Damen und Herren, so einfach ist gesunde Ernährung auf dem Diebholzer Großmarkt. Applaus, den sich auch der Marktmeister verdient hat. Ich sage mal so, das ist immer gar nicht so einfach, so etwas zusammenzustellen. Und wenn nachher alle zufrieden sind, Schausteller weggehen, sind zufrieden, Besucher sind zufrieden, dann bin ich auch zufrieden und dann war das ein guter Markt für mich. Bis zum nächsten Jahr auf dem Diebholzer Großmarkt. Einem Fest für alle Sinne. – Vielen Dank.